Verschwommen, verirrt, aber dennoch gut drauf. Die Spaziergänger staunen nicht schlecht, als sie diesen Delfin entdecken. Vor der deutschen Küste und nicht in der Karibik. Der Delfin hat sich scheinbar über die Ostsee kommend in die Bucht vor Travemünde verirrt und dort für ein kleines Spektakel gesorgt. Schließlich scheint das Tier nicht sehr scheu zu sein, ist parallel zu kleineren Booten unterwegs und vollführt zur Freude der Menschen kleine und auch größere Salty. Eine Gratisshow in freier Natur, nicht alltäglich. Experten gehen davon aus, dass der Delfin sich verirrt habe, was in der Region so alle zwei, drei Jahre mal geschehe. Sehr zur Freude der Flipperfreunde, Naturliebhaber und Menschen, die Zeuge werden dieser fröhlichen Delfinsprungshow. Das ist eine ganze Zeit. Absolut. In der Region das bei四 Tagen und nicht viel Zeit auf der Region der Delfin vor der Region auf der Region und drei Jahre